Also wir haben den erwärmbaren Körnermaushausschuh erfunden. Der ist gebaut aus Klettband, Stoff und einer Schulsohle. Dieser Körnermaushausschuh hat oben Klett und auf den kann man dann ein Körnerkissen aufkletten. Das haben wir auch selbst gemacht, so wie den ganzen Schuh. Das Kissen wird in der Mikrowelle erwärmt, für eine kurze Zeit, bis es wärmer wird. Da drin ist ein Weizenkörner und ich glaube, das ist schon fertig. Und jetzt ist das Ganze warm. Also das klettert man dann nach und dann kann man reinschliffen und dann ist das sehr warm.